halli hallo hallöle und herzlich willkommen zu extra sokte minecraft ja auf diesen server mit rosa roten wirken die mich immer noch bis aufs äußerste irritieren da könnt ihr euch schon mal angucken keine ahnung warum hier oben die rosa wolken immer sind verstehe es nicht ihr könnt ja auf jede seite gucken ja das ist der rosa wolkenpalast hier oben ist so das sind manchmal so dinge die sind so im leben ja und ich bin nicht ganz alleine hier also hier in der hütte schon aber nicht alleine auf dem server da unten in dieser richtung ungefähr befindet sich ein weiterer spieler der freundliche aus der hölle hallo luci mensch wie geht es dir so gut geht es ja sehr schön mensch den herrn geht es mal dir geht es gut luci die geht es gut ja ausnahmsweise jetzt krieg direkterweise angst du nicht ja gut ich wollte ein bisschen steine besorgen sich dass die sonne untergeht ja die sonne geht unter luci das heißt ich gehe mal schnell noch mal ins bett damit auch schlafen kannst und ja dann mache ich gleich am frühen morgen sozusagen die heimischen bergarbeiten können wir sozusagen gleich hier in der hütte das neue bett ausprobieren wir gucken uns noch ein bisschen den sonnenuntergang an der sieht ja hier von hier also wirklich ganz toll aus wobei ich am überlegen bin ob wir hier nochmal das holz raus kloppen können bevor wir schlafen können wir mal hier ein bisschen größeres fenster rein ja wir lassen uns ja hier in die lumpen lassen nix nix irgendwie sieht das komisch aus mit dem glas hier nochmal in hier in da sehr merkwürdig ich mache jedoch normales wieder dazu sieht merkwürdig aus warum auch immer seltsame physik hier so ab in die falle nach es wird dunkel die augen sind zu und da sind wir wieder am neuen morgen ja hätte ich nie wie gesagt das bett hier ihr habt jetzt sind wir nämlich genau hier am kopfende ja von daher habe ich das bett so positioniert gut raus jetzt oder ist noch eine böse spinne so darunter steine da holen wir die uns von da unten machen wir uns die landschaft nicht so ganz kaputt ich weiß gar nicht mal wofür ich jetzt die steine eigentlich haben wollte du sie hast du nach anderen wo mir steine holen wollte ist er nicht einmal im backofen auf jeden fall aber warum wollte ich noch steine haben manchmal hat man so einen fadenriss weißt du ja passiert ja naja hole ich mir ein paar steine wo kommt man ja immer hier ein paar steine hier so wir haben uns vorher immer geholt meine wussten was machen dasfahren haben meine steine geholt solch und weil wir Majlis immer noch nicht wושten damals wieder steine geholt und weil wir dann immer noch nicht wurschten wasci war der machen undskritte rütt und weil wir dann immer noch nicht wusten was machen sollten haben wir noch von vorne angefangen so das passt das passt dann machen wir uns einmal einen rufen geht immer rufen rufen haben dann wollen wir hier mal die workbench abbauen weil hier in der elfe kommt die nicht hin die kommt hier vorne hin wir machen hier so eine schöne arbeitsseite ja das heißt also wir holen uns einmal das weg das weg das weg wir wollen den ofen einmal wir brauchen einmal die workbench wir haben also auch schon also einmal hier der ofen dann kommt die workbench hier hin und dazwischen kommt eine arbeitsplatte die arbeitsplatte und danach kommt ja noch mal eine tisch hin wir haben einmal das hier und dann brauchen wir etwas was ich suche und ich finde doch da haben wir es ja ich würde schon sagen so vergesslich bin ich dann ja auch wieder nicht so passt 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 dann machen wir hier eine schöne gemütliche ecke ich bin mir überlegen wie wir die ecke machen wie machen man die hier unter der treppe hier so ganz gemütlich hier so ja das ist so die fletzecke da kann man hier fletzen und dann so raus gucken das ist so gemütliche worden jetzt hier mittlerweile so da ziehen wir noch mal so ein blog rein noch mal so einen kompletten holzblock genau wie gerade so angucken aber hier könnte man theoretischerweise noch eine kiste hinstellen damit man immer so ein bisschen material hier in der hütte auch abladen kann schauen wir mal hütte hütte hüttenholz hast du etwas holz vor der hütten jo so das passt eins zwei tun so das wird hier aufgesammelt passt schon danke sehr und die kommt hier ja wo machen wir die hin machen wir die da hin oder machen wir die da hin dann haben wir da frei machen die truhe hier hin jo dann können wir hier schon mal so was rein laden paar steineckste auf jeden fall hier machen wir mal die hälfte an brot rein da haben wir immer noch ein bisschen brot da dann machen wir jo was machen wir noch keine ahnung holz 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 nee das ist sand erde erde ja da machen wir mal die erde rein bitte machen wir rein dann hat meluzi war ja darum hier beten dass ich noch ein bett im inventar haben sollte können wir machen dann machen wir hier oben mal glas rein wir machen hier mal alles mögliche rein es geht eigentlich nur darum wenn du wenn du da rumspazierst und es wird plötzlich Nacht dass du da raus holen kannst genau darum geht es luzi weil ich mache mich jetzt langsam höhlenfein und damit ich in der höhle wenn ich in der höhle bin schlafen kann muss ich natürlich auch ein bett nehmen verstehst du damit du schlafen kannst so haben wir haben wir haben wir haben wir passt 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 gut schauen wir uns mal die hütte noch mal von außen an wir haben die ja noch ja nicht von außen betrachtet ja so sieht es aus jo jetzt bräuchte ich natürlich irgendwie noch einen anderen hohen punkt ja da ist der dach da ist der kleine schornstein drauf jo kann man so machen einmal eine hütte oben auf dem berg wie hatte luci den genannt mount alm dudler hab ja damals luci gefragt fällt dir ein lustiger name für den berg ein da hat er gesagt allem dudler und deshalb ist das ja auch der mount allem dudler da bin ich auch direkterweise dran geblieben bei den namen weil koppel doch der name passt für einen berg das haut schon hin ja siehst du luci mal hat ihr merkt mount allem dudler mein lieber mann hier werden vorschläge und anregungen noch richtig wahrgenommen ja da sollte sich die regierung mal ja mal ein beispiel dran nehmen so anregungen und so weiter vom volk anzunehmen sozusagen von was vom volk von dem volk das hier in diesem lande lebt dass wir jeden tag bildzeitung lesen scheiße in der abgrund schmeißen meinst du ist das so schlimm ich red grad von der bildzeitung ja ja erübrigt sich nicht die frage weiß ich nicht kenn mich da nicht aus ich bin doch neu hier ja was du äh natürlich einer muss ja neu sein so luci weißt du was ich jetzt gleich vorhabe ich werde mich vorbereiten für eine höhlen tour deshalb habe ich auch das bett gerade gebaut weil ich habe hin und wieder mal so eine fragen bekommen ja könntest du mal wieder mal so eine höhlen tour machen ja könnte ich machen halt gesagt ich weiß noch nicht genau wann jetzt ist wie gesagt die hütte bei mount alm dudler fertig geworden und deshalb können wir mal uns hier für eine höhlen tour entscheiden ich muss mal schauen wie viel wir haben wir haben jede menge eisenbaren ja kohle haben wir da drin ja mal nochmal eisenbaren passt schon dann brauche ich hier nochmal eisenbaren wie bin ich mir überhaupt aktuell ausgestattet ich habe eine eisenrüstung an ja jetzt brauche ich nochmal holz holz bam Siebsten Spitzhacken Da geht was, war Luzi mit siebsten Spitzhacken? Das ist schon mal ein Anfang Das ist schon mal ein Anfang Siebzehn Spitzhacken, Luzi Da geht was So, jetzt muss ich überlegen Habe ich alles Ich habe Spitzhacken Ich habe Bett dabei Ich habe knapp 120 Fackeln Aber nur knapp Habe ich noch ein paar Fackeln hier? Nö, müssen reichen Ja, im Grunde kann ich anfangen mit der Exploration Die Frage ist, in welcher Richtung exploriere Ich Hast du eine Idee? Nö Das ist sehr hilfreich Gut, ich würde mal sagen Ich gehe mal einfach hier runter Und auf dieser Höhe Baue ich mich einfach in diese Richtung Schauen wir mal, ob uns hier dieses Höhensystem schon mal ein bisschen Den Weg vorgibt Oder nicht Okay Ja, gehen wir mal da lang Oh, Eisen Okay, fängt schon gut an Ja, würde ich mal sagen Ist das schon mal der richtige Weg? Überall wo ich was finde Ist schon mal ein guter Weg So, und dann geht es hier direkterweise weiter Jetzt kommt Der monotone Abbau Von Stumpfsinnigen Gestein Gürröl Und anderen Ablagerungen Die seit Millionen von Jahren Beziehungsweise Einigen Wochen Wo der Server generiert wurde Erschaffen wurde Aber in Serialife Ist das eher beeindruckender Wie lange solche Gesteinsablagerungen existieren Luzi, hast du dich schon mal ein bisschen so mit der Mineralogie beschäftigt? Nee Nee? Warum soll ich mich damit beschäftigen? Einfach nochmal aus Interesse halber Ist nicht mein Interessensgebiet Ist nicht dein Interessensgebiet Wow Muss man ja auch nicht Ist ja das Schöne bei Interessen Da kann man ja mal eigene entwickeln So Schlafen bitte Schlafen bitte Warte mal Da muss ich das Bett aufbauen Bett aufgebaut Und ich schlafe Unten in der Höhle So, und dann bin ich schon wieder wach Das ist praktisch, wa? Ja, das frage ich dich Ob das für dich praktisch ist Naja Für mich ist es egal Das funktioniert Aber für dich ist es praktisch Dass ich jetzt schlafen kann Auch wenn ich tief in der Höhle bin Oh, hier ist rotes Gestein Granite Oder wie der hieß, glaube ich War Granit? Ja, Granit Granitgestein Theoretischerweise Ach du Schande Müsste ja hier Äh Ja Ähm Sich Ähm Die Spitzhacke Schneller abarbeiten Bei Granitgestein Bei Granitgestein Weißt du? Weil Granit ist doch eigentlich Ziemlich fest, oder? Müsste Ja, ja Man sagt ja auch Hart wie Granit Oder so Ist hart wie Granit Ja Hart wie Granit Aber Das ist meiner Spitzhacke Irgendwie völlig egal Und schon sind wir wieder Weiter hier auf Kosos Schwuppdiwupp Und nächste Hacke Ne, noch nicht ganz Aber nächstes Licht Oh, Eisen Ich hab Eisen gefunden Eisen ist ja als solches Erstmal nicht verkehrt Okay Sehr schön Passt, passt, passt Passt, passt Okay Und schon wieder geht's weiter Hier unten in der Hülle Mal sehen Vielleicht finden wir wieder Ein tolles Höhensystem Oder so Ich hab eher das Gefühl Dass ich gleich wieder Wasser finde Aber anscheinend nicht Mal hier mal ein bisschen Licht Damit wir hier sehen Was wir hier anstellen Zumindest ist da oben Schon wieder eine Menge Kies drin Boah Kies ohne Ende Hey, du hast da Kohle übersehen Nö, hab ich nicht Und ja, ich hab gesehen Dass dahinter auch noch welche war Ich will jetzt nur Keine Kohle mitnehmen Ich will gucken Dass ich vielleicht hier mal Was geiles finde Wie so eine geile Höhle Wo man ein bisschen Was erforschen kann Sowas in der Art Kennt man Die ewige Suche Nach dem Unbekannten Oh, Kohle Direkt auf dem Weg Da nehmen wir sie natürlich mit Okay Hier sind noch mehr Kohle Ja, ich nehme nie mal mit Hier so Okay, so Kohle 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 Das ist übrigens dann Die YouTube Kohle Von der immer so oft Gesprochen wird Hier liegt sie rum Okay Gut Haben wir sie auch Ja, schön Eingesammelt Das ganze Zeug Und da vorne geht's Dann direkt X weiter So Luzi Hm? Wir haben uns heute Übrigens schon ein bisschen Auf den Frühling vorbereitet Ich nicht Wir haben uns So eine Deko Pflanzschale Für den Wohnzimmertisch Geholt Sieht schön aus Bringt mal ein bisschen Farbe so In den tristen Alltag Mhm Pflanzen sind was Tolles Weißt du das? Pflanzen sind wirklich was Tolles Es gibt keine falschen Pflanzen Alle Pflanzen sehen ganz toll aus Selbst Selbst Brennnesseln blühen ganz toll Mhm Auch die blühen Ich freue mich auch schon wieder Wenn es dann draußen wärmer wird Dann werde ich wieder solche Dinge öfters machen Wie zum Beispiel einfach draußen spazieren gehen Oder mal Ein Eis essen gehen Oder sowas Wisst du? Ja Das macht dann wieder richtig Laune So was Das wird richtig toll Und da freue ich mich schon wieder drauf Oh Eisen 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 Okay Wieder hier eine Menge Eisen Nehmen wir hier auch mit Schön ausraben hier alles Da haben wir auch nochmal was Eisen Schauen wir mal Da ist Da ist kein Eisen Und schon wieder geht es weiter Lassen wir uns gar nicht beirren hier Alter Falter Hops Falsches Werkzeug Und ich sehe gerade Dass wir hier Aufnahmen Schweres Folgendes Ende haben Deshalb machen wir erstmal hier Hoppala Ende Ich mache jetzt mein Licht hier hin Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Und dann schauen wir mal Ob wir vielleicht mal in eine andere Richtung gehen Oder so lang Und schauen ob wir eine Höhle finden Also Liebe Leute da draußen Ciao ciao Schirio Und bis morgen Tschö Tschö